Der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Darius Schimanski. Ja, meine Damen und Herren, da geht einem das Herz auf. Das ist so eine schöne Musik, so eine in sich ruhende Musik. Das ist eines der wenigen Stücke von Tchaikovsky, der wenigen positiven, optimistischen Stücke von Tchaikovsky, die wirklich auch ganz große Musik sind. Und man hat manchmal das Gefühl bei Tchaikovsky, dass Tchaikovsky eben am besten war, wenn er wirklich gerade sozusagen gegen den Tod gekämpft hat oder gegen das Schicksal. Aber hier war ihm mal das Schicksal gewogen in der Person von Josef Kotek. In den Kotek war er auch verliebt und die hatten wohl eine Beziehung, eine Affäre, die sehr glücklich verlaufen ist. Das war bei Tchaikovsky eher wohl die Ausnahme als die Regel. Und dieses Liebesglück zwischen diesen beiden Männern ist also in dieses Violinkonzert eingeflossen. Es ist eine sehr, sehr schöne Musik. Und Kotek, der hat ihm ein bisschen geholfen bei diesen Violinenphrasen hier, bei den Kadenzen und so weiter. Und der Tchaikovsky hat wohl seine glückliche Liebe in dieses Stück hineingeschrieben. Das hört man. Und wir werden uns heute dieses Stück ein bisschen genauer vornehmen. Dieses Violinkonzert, das zu den beliebtesten Violinkonzerten überhaupt gehört. Ja, und wie machen wir das? Wir fangen gleich mit dem Anfang an, mit dem kurzen Orchestervorspiel. Ich spreche es Ihnen mal kurz an. Das klang doch wirklich wie Ballettmusik, meine Damen und Herren. Und das bringt uns auf eine Sache. Ballett ist eine höfische Kunst gewesen im späten 19. Jahrhundert. Der Zarenhof hatte eine große Ballettkompanie und diese wurde immer unglaublich aufwendig ausgestattet. Und ich habe schon Zarenhof gesagt, wir müssen ein bisschen zur Politik kommen. Die spielt immer eine Rolle. Wir haben am Ende des 19. Jahrhunderts in ganz Europa ein Wiedererstarken der Monarchie. Und zwar in Russland, in Deutschland, mit dem Kaiser, in England, in verschiedenen Ländern. Und das war ein Widerspruch. Denn man hat auf der einen Seite Emanzipationsbewegungen im Bürgertum. Die Leute werden eigentlich immer demokratischer, immer selbstbewusster, immer reicher auch. Es gibt immer mehr reiche Bürger, die auch natürlich politische Macht haben wollen. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Kaisertum, dieses Wiedererstarken des Kaisertums in der Moderne. Und das ist eigentlich ein Widerspruch. Und die Kunst hat immer versucht, diesen Widerspruch irgendwie aufzufangen. Tchaikovsky hat sich überlegt, wie kann eine typische russische Musik klingen, die gleichzeitig eine zaristische Musik ist. Und das bedeutete für Tchaikovsky, dass Tchaikovsky eine Art modernen Stil schreiben wollte, der gleichzeitig aber ein höfischer Stil war. Das war wichtig. Und dazu schaute er sich Mozart an. Mozarts Musik. Mozart war das große Vorbild von Tchaikovsky. Und in diesem höfischen Mozart-Stil komponierte er unter anderem seine Ballette und auch hier dieser Anfang von diesem Violinkonzert. Das ist eigentlich Neo-Rokoko, Neo-Mozart. Und gleichzeitig klingt es auch ein bisschen nach Ballett. Und ich werde Ihnen zeigen, wie er diesen Rokoko-Stil hier ins Russische übersetzt. Und dazu gehen wir weiter, hören wir uns weiter an, bis das berühmte erste Thema anfängt. Jetzt kommt eine kleine Kadenz, eine Solo-Kadenz. Die Geige stellt sich vor. Und jetzt kommt das Thema, das Wunderbare. Achtung. Und da denkt man sofort, das ist ein typisch Tchaikovskisches Thema. Da haben Sie auch recht, das ist auch wirklich typisch Tchaikovsky. Aber es ist noch ein bisschen mehr. Wir schauen uns mal dieses Thema unter dem rhythmischen Aspekt an. Und wenn man diese Melodie, dass sich nur den Rhythmus anguckt, ist der Rhythmus. Und dieser Rhythmus ist ein typischer Rhythmus aus dem 18. Jahrhundert. Es ist ein typischer Rokoko-Rhythmus. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, indem ich den Beginn von einem ganz anderen Stück Ihnen anspiele, nämlich von Mozarts Oboen-Konzert. Und da spiele ich Ihnen gleich den Anfang an und dann haben Sie sofort diesen Rhythmus. Passen Sie auf. Pam, pam, babababam. Da haben Sie genau diesen Rhythmus. Den Rhythmus haben Sie bei Mozart noch hundertmal woanders. Also in allen möglichen Stücken. Das war eine ganz typische rhythmische Folge. Die haben Sie in Klaviersonaten, in allen möglichen Konzerten. Überall haben Sie das im Rokoko. Pam, pam, babababam. Und diesen Rhythmus übernimmt unser Tchaikovsky für dieses erste Thema. Tan, tan, tadadadadan. So, und wir bleiben jetzt mal ganz, ganz kurz bei Mozart. Wir hören uns den Anfang nochmal an und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Thema. Und bei dem zweiten Thema hören Sie so zwei Seufzer. Auch das ist typisch Rokoko. Tan, tan, tan. Wir fangen nochmal an mit Mozart, dem Beginn des Oboen-Konzertes. Da kommt die Oboe noch gar nicht vor, aber das stört uns nicht. Es ist nur das Orchester-Vorspiel. Achtung, zweites Thema jetzt. Diese typischen Rokokos-Häufzer. Ich habe sie in dem zweiten Thema gezeigt, weil wir auch nämlich bei Tchaikovskys Violin-Konzert im zweiten Thema Rokokos-Häufzer haben werden, die dann romantisiert sind. Und dann können Sie hören, dass das wirklich aus dem 18. Jahrhundert kommt und bei Tchaikovsky in seinen Stil quasi übersetzt wird. Und nachdem ich so viel erzählt habe und wir viele kleine kurze Stücke uns angehört haben, werden wir jetzt ein größeres musikalisches Stück uns anhören. Und zwar nämlich den ganzen Beginn von Tchaikovskys Violin-Konzert. Mit diesem Neo-Rokoko-Anfang, wo wir sofort in einer Art mozartischen Welt sind. Dann der Überleitung mit der Solo-Kadenz zu diesem ersten Thema. Pam, pam, pababababam. Und das ist hier ein sehr lyrisches Thema. Und deswegen muss es in der Überleitung immer dramatischer werden. Dieses Dramatische ist wie so ein Pfeffer, ist wie ein zusätzliches Gewürz. Wir haben erstmal das lyrische Thema, das nenne ich jetzt Thema 1a. Und dann wird es ein bisschen witziger, das nenne ich dann 1b. Und dann steigert sich die Dramatik. Es wird immer dramatischer. Warum wird das dramatischer? Damit ein Höhepunkt entsteht. Und nach dem Höhepunkt beruhigt sich die Musik. Und wir kommen zu dem zweiten Thema. Und dieses zweite Thema ist wieder sehr lyrisch. Es gibt nämlich ein erstes lyrisches Thema und ein zweites lyrisches Thema. Und das wäre sonst zu langweilig. Und deswegen müssen wir ein dramatisches Zwischenspiel haben. Und bei diesem zweiten Thema haben Sie wieder diese schönen Seufzer. Ta-da. Ta-da-da-da-da. So, jetzt hören wir uns das an. Es beginnt mit diesem Rokoko-Anfang. So, jetzt kommt schon dieser Rhythmus. Pam-pam-parabarabam. Die Violine stellt sich vor. Mit einer Kadenz. Und jetzt kommt Thema 1a. Mit dem besagten Rhythmus. Sehr lyrisch. Jetzt ist es schon wieder lustiger. Aber wir haben nochmal das Thema 1a. Und jetzt kommt das Thema 1b. Es ist schon ein bisschen witziger. Nimmt Anlauf. 1b. Und jetzt merken Sie, er geht hin zu einem Höhepunkt. Er wird dramatischer. Höhepunkt. Höhepunkt. Jetzt beruhigt sich die Musik. Und wir haben das zweite Thema mit Seufzer. Ta-da. Dieses Stück von Tchaikovsky ist ein typisch spätromantisches Stück. Und spätromantische Musik hat in den ersten Sätzen, und da ist es völlig egal, ob Sie einen Tchaikovsky nehmen, einen Bruckner nehmen oder einen Brahms nehmen. Das ist eigentlich bei allen diesen Komponisten so. Es ist immer so, dass im ersten Satz die Charaktere von langsamem Satz, vom schnellen Satz und von einem Scherzo irgendwo vorkommen. Also die ersten Sätze mischen sich aus langsamen, aus schnellen und aus Scherzo-Sätzen. Und dieses Scherzo-Anteil geht über in die sogenannte Durchführung, in den Mittelteil. Und diese Durchführung beginnt mit diesem ersten Thema, das Sie schon kennengelernt haben. Dieses Bam, Bam, Parabara-Bam. Nur dieses Thema wird jetzt vom ganzen Orchester vorgespielt. Und dann klingt es wie eine Polonaise im Viervierteltakt. Eine große, festliche Polonaise im Viervierteltakt. Normalerweise sind Polonesen, und Tchaikovsky war ein großer Polonesenkomponist, Polonesen sind Stücke im Dreivierteltakt. Bam, Parabara-Bam-Pam-Pam-Pam, Bam, Parabara-Bam-Pam-Pam-Pam. Aber hier macht Tchaikovsky mal eine Polonaise im Viervierteltakt. Bam, Parabara-Bam-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam, Bam, Parabara-Bam-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam. Und darauf erklingt strahlend das Hauptthema, diesmal als Polonaise. Das hören wir uns nochmal an. Große Steigerung hin zur Polonaise. Achtung, jetzt kommt sie. Große Steigerung hin zur Polonaise. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie gehört, jetzt hat man das Orchester wirklich viel zu tun. Bis vorhin hat das Orchester fast immer nur begleitet. Die Geige hat die ganze Zeit gespielt. Jetzt darf sich die Geige ein bisschen ausruhen. Das Orchester führt in diese Durchführung. Und diese Durchführung ist der mittlere Teil. Ist nichts anderes als eine riesige Steigerung mit einem kurzen Geigen-Zwischenspiel. In diesem Geigen-Zwischenspiel spielt die Geige nochmal das Hauptthema als Variation. Das hören wir uns an. Und dann geht es aber weiter. Eine riesige Steigerung hin zu der Solo-Kadenz. Die Solo-Kadenz ist eigentlich der Höhepunkt. Das Zentrum. Dahin fließt die Musik, meine Damen und Herren. Das hören wir uns an. Jetzt kommt eine Variation des Hauptthemas. Das Zentrum. Und jetzt beginnt die nächste Steigerung. Nochmal die Polonaise. Riesige Steigerung. Und hier haben wir die große Solokadenz. Und diese Solokadenz ist eigentlich der Teil, wo der ganze Satz hingeführt hat. Das ist das Zentrum. Es ist noch nicht das Herz des Stückes, aber es ist das Zentrum. Das Herz dieses Satzes, das zeige ich Ihnen gleich. Und zwar wird das Hauptthema, das wir schon kennengelernt haben, nochmal aufgenommen. Diesmal allerdings nicht als Polonaise, sondern von der Soloflöte. Und diese Flötenstelle ist das Herz des ersten Satzes und gleichzeitig wieder eine kleine Hommage an den Rokoko. Denn die Soloflöte war das typische Instrument des Rokokos. Wir sind noch in der Kadenz. Wir sind noch in der Kadenz. Der erste Satz, meine Damen und Herren, war ein unglaublich langer Satz. Fast 20 Minuten. Der zweite Satz ist ein ganz, ganz kurzer Satz. Ist quasi so ein Zwischensatz, so ein Übergangssatz zum dritten Satz. Aber kürzer hat hier nichts mit Qualität zu tun. Im Gegensatz, eigentlich ist der zweite Satz das Herzstück des ganzen Violinkonzerts. So wie also diese Flötenstelle im ersten Satz das Herzstück des ersten Satzes war, so ist dieser kurze, langsame Satz das Herzstück des Violinkonzerts. Und da orientiert sich unser guter Tchaikovsky, wie an anderen Stellen auch in diesem Violinkonzert, einem Violinkonzert von Mendelssohn-Bartholdy. Auch bei Mendelssohn-Bartholdy-Violinkonzerts ist der langsame Satz der kürzeste Satz, auch der schlichteste Satz. Aber in dieser Kürze und in dieser Schlichtheit, da ist das Herz drin. Da ist sozusagen das Intimste des Komponisten drin. Und deswegen ist das auch ein besonders, besonders schöner Satz in der Tradition von Mendelssohns Lieder ohne Worte. Das ist hier auch ein Lied, eine Canzonetta, ein Lied ohne Worte. Man kann es fast mitsingen. Es ist ein sehr russisches Lied, aber Russland ist vielfältig und es ist ein besonderes russisches Lied, denn es steht nicht nur in Moll, es steht in Zigeunermoll. Man muss einfach wissen, da waren in Städten allen möglichen Geiger von Sinti und Romas und die haben diese russische Musik so ein bisschen ihr eigenes Idiom mit der russischen Musik verbunden. Und da kamen solche Melodien zustande, wie sie jetzt hier im zweiten Satz haben werden. Und das ist diese schöne, schöne Melodie der Violine. Aber bevor die Violine anfängt, haben wir erstmal ein Vorspiel mit Holzbläsern. Und dieses Vorspiel ist typisch russisch. Es erinnert einen sehr an orthodoxe Kirchenmusik. Und wir hören uns erstmal dieses kurze russische Vorspiel, orthodoxe Kirchenmusik und dann der Anfang der Canzonetta, also der Violinmelodie an. Musik Und jetzt kommt die Melodie, das Lied ohne Worte in Zigeunermoll. Ja, das war der Anfang. Wir werden es jetzt gleich noch einmal anhören. Und Sie bekommen eine Höraufgabe, eine ganz konkrete Höraufgabe, die nicht ganz einfach ist. Also wir konzentrieren uns zusammen. Sie haben die Aufgabe nämlich, dieses Orchestervorspiel, das nur von den Holzbläsern angespielt wird, sich zu merken. Und das ist nicht einfach, weil wir haben da keine besonders ausrucksvollen Melodien. Deswegen, was wir uns merken werden, sind so kleine Motive. Und warum sollen Sie sich dieses Orchestervorspiel merken? Dieses Orchestervorspiel wird im Verlauf dieses Satzes versteckt. Es wird in den Streichern versteckt, während die Geige etwas ganz anderes spielt. Und ich möchte, dass Sie aber dieses Orchestervorspiel, wenn es versteckt wird in den Streichern, durchaus hören, dass Sie es entdecken. Denn dann sind Sie sozusagen ein richtig guter Hörer. Wir haben also Orchestervorspiel. Das versuchen Sie sich zu merken. Dann diese sehr schöne Melodie in der Geige. Dann haben wir ein Zwischenspiel, der sogenannte B-Teil, ein optimistischeren Zwischenspiel in Dur. Und danach haben wir eine Überleitung, wo Sie das Orchestervorspiel in den Streichern haben, versteckt. Und wir versuchen das zu hören. Das probieren wir. Und dann kommt wieder die Hauptmelodie und dann das Orchestervorspiel. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Wir hören uns das Ganze mal an, nochmal von Anfang. Und Sie versuchen, sich bestimmte Motive aus dem Orchestervorspiel zu merken. Vor allem dieses Ta-da-dan-dan, ta-da-dan-dan. Und jetzt kommt die Hauptmelodie. Hier hört man das Zigeuner mal sehr schön. Das Zigeuner mal sehr schön. Das Zigeuner mal sehr schön. Und jetzt kommen wir zum B-Teil, der ein bisschen optimistischer ist, in Dur. Und auch ein bisschen bewegter. Das Zigeuner mal sehr schön. 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 Und jetzt kommt das Zigeuner mal sehr schön. 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 Orchester. Und nochmal unser Hauptthema. Meine Damen und Herren, das Lustige oder das Schräge an diesem Violinkonzert ist eine Erstaufführungskritik aus Deutschland. Und zwar von Eduard Hanslik. Eduard Hanslik war ein ganz strenger Kritiker in Deutschland. Im 19. Jahrhundert sehr, sehr bekannt. Quasi so der Reich-Ranicki, der Musik aus dem späten 19. Jahrhundert in Deutschland. Und auch befreundet mit Johannes Brahms. Als Hanslik dieses Violinkonzert das erste Mal gehört hat, hat er eine ganz fiese Uraufführungskritik geschrieben. Er hat mich geschrieben, also ich wusste bis dahin nicht, dass Musik stinken könnte. Jetzt weiß ich, also diese Musik, hier könnte man auf die Idee kommen, dass diese Musik stinkt. Und das ist etwas ganz Merkwürdiges, weil niemand, der heute diese Musik sich anhört, würde denken, diese Musik stinke. Aber Hanslik hat das gedacht und es lohnt sich, nicht nur zu sagen, was für ein Idiot, sondern sich zu überlegen, was meinte eigentlich Hanslik damit. Wahrscheinlich meinte Hanslik damit diesen letzten Satz. Da stank es ihm. Und zwar ist dieser letzte Satz ein Jahrmark, ein russisches Fest. Und es ist eine sehr wilde Musik mit sehr extremen Klangfarben. Und diese Art von Wildheit, die kannte man in der deutschen Musik und bei Brahms jetzt so nicht. Und unser Hanslik hat hier wahrscheinlich so ein bisschen beim Hören das Bratenfett gerochen und auch vielleicht die Wodka dünste. Auch wenn man heute dieses Violinkonzert sich anhört, da müssen Sie wissen, alle Violinstudenten üben dieses Violinkonzert schon in ihrem Studio. Und Sie haben es mehr oder weniger richtig gut drauf, weil die Geigentechnik sich weiterentwickelt hat. Aber als Tchaikovsky das komponiert hat, war speziell auch der letzte Satz, das war fast unspielbar für die Leute. Das heißt, Sie müssen wissen, diese Geigenstellen klangen viel kratziger wahrscheinlich und längst nicht so sauber, wie sie heute klingen. Aber sie sollten auch so kratzig und nicht so sauber klingen. Denn ein Komponist weiß schon, warum er manchmal etwas bis an die Grenzen der Spielbarkeit bringt. Weil es soll stinken, es soll ein bisschen hässlich sein. Es ist ja immerhin ein russisches Volksfest und da hat man sich betrunken. Und genau das hat der gute Hanslik dann gehört. Und wenn heute das Ganze perfekt vorgespielt wird, ja, dann ist das immer noch ein schönes Stück. Aber es stinkt nicht mehr so viel. Das muss man einfach wissen. Vielleicht noch eines ganz wichtig. Wir haben im ersten Satz die Übersetzung des 18. Jahrhunderts, des Rokoko-Idioms, des höfischen Idioms ins russische von Tchaikovsky. Jetzt im letzten Satz sind wir wirklich in der Gosse gelandet, weil dieses, ja, diese Volksfest, das spielt sich in der Gosse. Aber da sind sie alle besoffen. Und das ist aber auch so eine Idee, dass Tchaikovsky hier alle möglichen Welten zuspitzt. Die höfische Welt im ersten Satz und die Gossenwelt im letzten Satz und dann auch ein bisschen die Welt der orthodoxen Kirchenmusik in den mittleren Sätzen. Und diese ganzen Welten ergeben dann diesen neuen russischen Stil, aber russisch-europäisierten Stil für den Tchaikovsky-Stand. So, wir kommen jetzt aber tatsächlich zu diesem letzten Satz, zu unserem stinkenden letzten Satz, auch mit zwei Themen. Sehr, sehr schwierig zu spielen. Das erste Thema ist ein lustiges, sehr virtuoses Stück. Und das zweite Thema ist dann ein Bären-Tanz. Das werden Sie hören mit einem sogenannten Bordun-Bass. So ein Bordun-Bass, der kommt aus der Idee des Dudelsacks. Aber es gibt das durchaus in verschiedenen Variationen. Sie haben zum Beispiel eine Drehleier. Hier im konkreten Beispiel von Tchaikovsky ist es wohl eher eine Drehleier. Ein erstes Thema, dann dieses zweite Thema, diese Bären-Tanz mit diesem Bordun-Bass. Und was auch wichtig für dieses zweite Thema ist, dass wir hier kleine Melodien haben, die sich ständig wiederholen. Und das ist etwas, was typisch in der russischen Volksmusik ist. Diese kleinen Melodien, die sich ständig wiederholen und teilweise auch ihren Charakter ändern. Das wird immer wilder, wilder, wilder. Jetzt fangen wir aber an mit diesem Volksfest, mit einem ganz wilden ersten Thema, Überleitung und dann unserem Bären-Tanz. So, jetzt kommt das erste Thema. Und zwar jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Nochmal das erste Thema. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Bordun-Bass Und Bären-Tanz Und diese Melodie wird ständig wiederholt. Immer Wiederholung. Und das ist ein bisschen sentimental. Es ist aber immer noch die Wiederholung. Wiederholung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, meine Damen und Herren, mit diesem sentimentalen Tchaikovsky entlasse ich Sie jetzt. Denn ich glaube, jetzt haben Sie noch einmal. Jetzt haben Sie genug thematische Arbeit gesehen, was welche Themen vorkommen. Bis zum Schluss können Sie dann alleine sich das Ganze anhören. Und es macht sehr viel Spaß. Es ist noch einmal eines der beliebtesten und schönsten Violinkonzerte überhaupt. Und das nicht zufällig, wie Sie hoffentlich heute gelernt haben. Ich danke Ihnen. Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Track-Links dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de Idee und Moderation Darius Schimanski Ausführende Produzentin Verena von der Golz Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer Aufnahme und Postproduktionen k Vielen Dank.